Das Objekt der Begierde seiner Kollegen, das kennt Herr Fuchs. Aber als IT-Administrator bereitet Ihnen das derzeit noch ein wenig Kopfzerbrechen. Sind die sensiblen Unternehmensdaten in Android Viren und Hackern ausgeliefert? Wie soll er die zahlreichen Daten verwalten? Ganz zu schweigen von den privaten Apps der Kollegen. All diese Sorgen gehören ab sofort der Vergangenheit an. Dank Samsung Knox Workspace Samsung Knox Workspace ist eine mobile Sicherheitslösung, die das Smartphone und die arbeitsbezogenen Daten auf dem Smartphone rundum schützt. Von der Produktion, über den Bootvorgang, bis zum Betrieb des Smartphones. Bei Samsung Knox sind auf jeder Ebene zahlreiche Sicherheitsfunktionen eingebaut. Dieser Schutz macht Samsung Knox Smartphones business-ready und ist deshalb auch von unabhängigen Institutionen zertifiziert. Herr Fuchs ist also auf der sicheren Seite und seine Kollegen können dank des Knox-Containers ganz einfach zwischen privater und beruflicher Smartphone-Nutzung wechseln. Außerhalb des Containers befinden sich ihre privaten Apps und mit einem Klick sind sie im passwortgeschützten Container, der alle arbeitsbezogenen Daten und Apps beinhaltet. Das ist sicher und sorgt gleichzeitig dafür, dass Herr Fuchs nicht versehentlich die Bilder vom letzten Urlaub löscht. Wenn mal ein Smartphone verloren geht oder ein Kollege das Unternehmen verlässt, kann Herr Fuchs den gesamten Container sperren oder löschen. Die privaten Apps bleiben erhalten. Innerhalb des Containers kann Herr Fuchs mit Hilfe eines MDM-Systems festlegen, worauf seine Kollegen Zugriff haben. Er kann zum Beispiel Mail-Systeme aktivieren, Apps zulassen und den Zugriff auf Webseiten oder Sharepoints kontrollieren. Diese Funktionen kann er auch Profilen zuordnen. Damit das Verwalten der Daten für Herrn Fuchs besonders bequem ist, kooperiert Samsung für den Einsatz von Knox Workspace mit den renommiertesten Mobile Device Management, kurz MDM-Anbietern. Knox Workspace kann in Herrn Fuchs bestehendes MDM, VPN und Microsoft Exchange ActiveSync integriert werden, sodass er eine Sicherheitslösung zusammenstellen kann, die genau den Anforderungen seines Unternehmens entspricht. Die zahlreichen MDM-Partner unterstützen viele Knox-Funktionen und sollte Herr Fuchs sich noch für keinen Anbieter entscheiden können, bietet ihm Samsung die Möglichkeit, Geräte, Knox Workspace und MDM entweder aus der Cloud oder On-Premise aus einer Hand zu beziehen. So viel Sicherheit aus einer Hand. Herr Fuchs ist begeistert.